Danke. Ähm. Ja. Ja, an der Stelle erstmal für YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Mensch, halt doch mal die Fresse. Ich versuch grad anzumoderieren. Oh, ich schwöre mein Gott, ich bring dich gleich um. Kannst du mal die Fresse halten? Hermann! Oh, Hermann haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hi, Hermann! Hi, Hermann! Oh, hi! Hi! Ich habe dich erwartet. Warum? Was bedeutet, du hast mich erwartet? Unsere Begründung kommt an diesem. Der letzte Moment meiner Existenz so weit. Alles andere hat in der Antizipation von diesem Event. Oh nein, bitte bleib. Ich mag Hermann. Sagst du immer solche Sachen? Dein ganzes Leben war auch... Dein ganzes Leben nur für diese Begegnung? Wolltest du mir sagen, dass dein ganzes Leben nur ein Prälude für mich hier heute zu treffen hat? Dein auch. Aber sieh, bereits der Moment passiert. Meins auch? Jetzt ist nichts mehr als eine andere Note in der großen Überlegung zur nächsten Passage. Ähm. Äh. Ich suche einen Schatz. Hast du... Ich suche einen Schatz. Hast du einen gesehen? Ich habe gesehen. There are many treasures here, found and unfound. The beauty of the ocean, for example. Ist ein Schatz, ja? Sieh ich rein. I suche aber Big Whoop. Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? Ja. I'm afraid I'm not familiar with that one. Aber... Was machst du hier? I teach philosophy here. Äh. Hier am Strand, äh... Der hat doch keine Studenten, oder? Ich würd mich sofort dazusetzen und alles in mich aufsauen. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist-Cortesian-Zen-Daoism. It's all the range of cocktail parties this year. Ja, ich mein... Es klingt auf jeden Fall auch interessant. Sure beats a Tibetan-Mountaintop. I can go surfing when things are slow. Ja, ja. Could you teach me some philosophy? Ja, bitte. Okay. Here's a Zen-Koan for you. Hm. What? A philosophical puzzle. Ja, ja, erzähl, erzähl. If a tree falls in the forest, and no one is around to hear it, what color is the tree? Hm. Ja, der ist ja eigentlich grün und braun, ne? Ich würd jetzt mit Waldgrün beginnen, weil es halt nicht grün ist, sondern Waldgrün. Forest Green? Nicht genau. Und braun? Braun? Nein. Lavender? Nein. Red? Nein. Ach, warte, jetzt gibt's auch noch Blau-Grün. Cyan? Nein. Pupur? Magenta? Ich frage einfach mal alles durch. Nicht genau. Braun-Rot? Nein. Aquamarine? Nicht genau. Braun-Grau? Taupe? Nicht genau. Nicht genau. Burnt Sienna? Nein. Raw Umber? Nein. Sepia? Nicht genau. Mulberry? Nein. Periwinkle? Nein. Orchid? Nein. Turquoise? Nicht ganz nahe. Kommt da überhaupt noch eine richtige? Plum? Nicht genau. Aubergine? Nein. Teal? Nicht genau. Mustard? Nicht genau. Mhm. Cabernet? Nein. Slate? Nein. Smoke? Nein. Gibt es hier überhaupt was Richtiges? Chartreuse? Nicht ganz nahe. Cherry? Nicht genau. Wisteria? Nein. Raspberry? Nein. Vanilla? Nein. Asparagus? Nein. Cranberry? Nein. Wir sind schon lange von den Farben weg irgendwie. Sangria? Nein. Eggshell? Nein. Driftwood? Nein. Sumac? Nicht ganz nahe. Alpaka? Nein. Storm Grey? Nein. Evening Haze? Nein. Ich hab gleich keinen Bock mehr, bin ich ehrlich. Weiß er was? Ich gebe ab. Vielleicht finden wir die Antwort. Warum machten wir das Spiel so lange? Achso, warte, das wollte ich nicht. Was haben wir hier? Ja, komm, halt mal die Schlauze. Moonschein ist immer gut. Oh ja, ein Keks. Lass mich raten, ein Keks für Polly. Nein, 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 das ist nicht richtig. Nein, 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 das ist nicht richtig. So, schau mal. Ist bestimmt für dich. Und du osten, von der Pond zu den Dinosauriern? Nein, 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 das ist nicht richtig. Okay, lasst uns wieder einmal gehen, damit niemand erinnert, wo wir das Schlauze haben. Willkommen zu Dinkie Island. Dinkie Island, genau. Ja, ja. Ich kann mir doch auch mal kurz die Karte an... Ich habe ja die Karte nicht mehr. Die hat ja... Inzwischen leider LeChuck. Wo ist denn eigentlich der Kartograf? Den haben wir doch mitgenommen. Finde ich den hier? Mehr Dschungel. Mehr Dschungel. Da steht TNT drauf, ist bestimmt sicher. Habe ich irgendwie ein Brecheisen oder sowas? Na, damit könnte man vielleicht hebeln. Voodoo-Tüte. Tüte vor allem. Ist offen, okay. Wir haben das Seil. Wir haben eine Liebesbombe. Was ist das hier? Streichhölzer. Ich schätze mal, die können wir irgendwann... ...in die Luft jagen. Hallo? Die Liebesbombe? Wow. Ich verlaufe mich hier. Ich dachte, ich kriege hier wieder... ...so eine riesengroße Map. Wo ich schauen kann, wo ich hinlaufen möchte. Was ist das hier? Hier steht halt überall nur mehr Dschungel. Mehr Dschungel. Ich will nicht mehr Dschungel. Ich will einen Schatz. Ich will... ...rein. Ach, weißt du was? Gibt's nicht irgendwie noch mehr Tipps für mich? Nach Osten vom Dinosaurier-Teich. Ich will meine Großvaterin, einen realen Mann. Einen Kapitän. Es ist ein schreckliches Teich. Ich würde es einfach mal probieren, wenn ich ehrlich bin. Nein. Ich will es für Elaine schützen. Ah, für Elaine. Okay, okay. Ja, gut. Sorry dann halt nicht. Oder lauf mal hier nach Osten. Und weiter nach Osten. Und... Hier ist ein Dinosaurier. Oh, nein, nein. Das ist nicht richtig. Okay. Let's go over it again. So, no one forgets, where we marry the treasure. Ja. And do east, from the pond to the dinosaur. Vom Tide zum Dinosaurier. Ja, hab ich gemacht. Hab ich gemacht, Pony. Ich laufe weiter nach Osten. Keine Ahnung. Vom Tide zum Dinosaurier. Das haben wir ja geschafft. Oh, Telefon. Weißt du was? Ich ruf einfach irgendjemanden an. Nice. 1-9-0-0-7-4-0-J-D-D-I. Ja, ist klar. Hab ich gemacht. Hi. Ich habe im Dinkie Islands Dschungel in Monkey 2 verlaufen. Weiß ich nicht. Stummelwitz ausgedacht. Keine Ahnung. Ich habe mich zum Verlaufen. Ich habe mich zum Verlaufen. Ja. Der ist... Chester ist nicht nett. Ähm. Keine Ahnung. Warum sind Adventure-Spiele so teuer? Ich muss sagen, es war jetzt nicht teuer, oder? Also ich fand jetzt... Was ist denn nun das Geheimnis von Monkey Island? Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Ich bin mit dummen Fragen wie das. Es ist eine Überraschung. Okay? Ja, sorry. Danke. Du bist sehr hilfreich. Tschüss. Ja, sicher. Also es gab hier zwei Wege. Von hier sind wir gekommen. Ich laufe jetzt einfach da lang. Alles andere macht ja nicht wirklich Sinn. Och komm. Wie kann ich immer wieder hier rauskommen? Andererseits, ich bin hier noch gar nicht lang gelaufen. Man muss ja alle Wege irgendwie mal ausprobiert haben. Was ist das? Ein Beutel? Ja, dann nimm mal. Ist das dein Ernst? Ich kann es nicht erreichen. Äh, guck mal hiermit vielleicht. Ich glaube nicht, dass es ein Paddeln braucht. Es ist etwas, das ein Paddeln ist. Ich kann es nicht erreichen. Ausschaut, als müsste es mal gepaddelt werden. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee, dachte ich mir. Ich glaube nicht, dass es mit dem funktionieren wird. Es ist etwas Lumpi in es. Sag mal. Ich glaube nicht, dass es sehr sportlich wäre. Ja, aber es wäre vielleicht nicht fair, aber es würde höchstwahrscheinlich funktionieren. Oh, ich habe ja auch noch einen Affen. Das ist ein Affe. Der hat zwei Daumen. Der würde das ziemlich sicher hinbekommen. Es gibt die... Äh, mein... Captain Obvious. Ja, aber wie? Äh... 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 Ich weiß es nicht. Asche zu leben. Nee, Voodoo-Tüte. Ja, cool. Ist ein Baum. Kann ich den Affen vielleicht einfach auf den Baum schicken? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Gut, das funktioniert also nicht. Ich glaube nicht, dass es mit dem funktioniert. Ich bin mir sicher, es würde funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Nein. Nein. Der Schlüssel wird es halt... ...ziemlich sicher auch nicht sein. Ups. Ich hoffe einfach, dass wir wiederkommen. Keine Ahnung. Wenn ich das nicht... ...irgendwie vergesse, weil ich halt doof bin. Also höchstwahrscheinlich werde ich es vergessen. Und im Ende... Ja, im Endeffekt, der Papagei ist halt... ...absolut keine Hilfe. Im Gegenteil. Hier ist ein Delf. Wer schneidet hier die Hecken? Ich meine, das ist... ...wunderschön. Wir kommen immer nur am Strand raus. Warte, da waren wir schon. Ich gehe mal unten rum. Auch bei dem Steinhaufen war ich halt schon... ...ich... ...ja, ich weiß nicht. Das hier sieht zumindest mal neuer... ...neuer... Hä? Ich glaube, dass es vollkommen egal... ...wo ich lang laufe... ...ich soll hier rauskommen. Immer wieder mal. Nice. 1-9-0-0-7-4-0-J-E-D-I. Ja. Remember kids, if you're under 18... ...ask your parents before calling. Genau, wegen Telefonrechnung. Lucasfilm Games Hintline. Chester speaking. Tipp Nummer. Welcher Computer? Wo kommen die kleinen Be... Nein, ich bin einfach nur neugierig. Tschuldigen, was ich frage. Ich bin in der Dinkie-Island-Jungle in Monkey 2. Ah, schau. Es sind nur zwei Wagen aus dem Raum, in der du in. Findest du es, Knucklehead. Ich bin in der Dinkie-Island-Jungle in Monkey 2. Ich habe dir gesagt, schau einfach aus dem Eingang des Schraens. Wie hart könnte das sein? Ja, danke für nichts. Danke, du bist sehr hilfreich. Goodbye. Das heißt, ich komme jetzt... ...höchstwahrscheinlich einfach wieder am Strand raus. Ist doch bescheuert. Hä? Es gibt hier einiges, was du einsammeln kannst. Ja. Und du aus dem Pond zum Dinosaurier. Kein Drehenverschluss. Nimm mal die Flasche trotzdem mit. Brecheisen. Für TNT. Ist da noch was drin? Noch ein Keks? Toll. Und du aus dem Pond zum Dinosaurier. Nehm ich mit. Vielleicht habe ich später mal Durst. Ozean, irgendwas? Nice. Nice. Okay. Ihr hattet die Fresse. Halt die Fresse. Weiß ich, ich habe ihm einen Keks gegeben. Er hat mir trotzdem nicht geholfen. Du aus dem Pond zum Dinosaurier. Ja. Gee, Captain Marley. Wo sollten wir den Schrauben verbrechen? So, mit dem Brecheisen sollte ich ja rein theoretisch jetzt die TNT-Kiste aufbekommen, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. So, zeige ich mal ja Brecheisen. Ob das schlau ist? Hey, Dynamite. Just like it says on the side. Nice. Nimm. Das Schrauben auf dem Dinosaurier sagt, dass ich drei Jahre alt bin. Und zum Glück bin ich ein bisschen älter. Ein bisschen älter als drei. Gerade so. So, pass auf. Hier war doch irgendwo auch dieser Steinhaufen. Polly, bitte. Polly, willst du einen Keks? Polly, willst du einen Keks? Polly, willst du einen Keks bekommen? Ich würde halt voll gern hier TNT einsetzen. Weil ich mir einbilde, dass es hier was bringt. Du brauchst vielleicht noch mehr. Ach was. Wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie zum Teufel. Wo bekomme ich noch mehr Kekse? Suche auf den geilen Arbeiter und Crackern. Ja. Wo? Nee, nee, nee. Ganz bestimmt nicht. Von hier aus komme ich so wie so bloß wieder am Strand raus. Sag ich doch. Kann ich denn vielleicht jetzt hier diesen Beutel holen? Ich habe die Vermutung, in dem Beutel sind Cracker. Das, keine Ahnung, halte ich für naheliegend. Und mit so einem Brecheisen würde ich doch da rankommen. Komm schon. Ich denke schon. Ich denke schon. Das scheint nicht zu funktionieren. Aufschneiden. Aufschneiden. Oh ja. Eine Kekspackung, natürlich. Ich wusste es. Es ist instant low sodium Cracker mix. Just add water. Einfach Wasser hinzu. Ich weiß, wo ich Wasser bekomme. Ich kippe einfach diese komplette Backmischung in den Ozean. Ich denke, das ist ein bisschen zu viel Wasser. Kann ich mir hier einfach so ein bisschen Wasser rausnehmen? Ginge das? Oh nein, nein, nein. Das ist nicht richtig. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es gar nicht so falsch. Dieses Wasser ist zu salzend, um mit low sodium Cracker mix zu benutzen. Okay. Lass uns das wieder einmal gehen. So, dass niemand vergessen, wo wir das Schmacken verbreiten. Das scheint, dass die meisten von dem Wasser aus dem Wasser getroffen hat. Hey, Captain Harley. Wo müssen wir das Schmacken verbreiten? Ich dachte, ich muss die Destille auch noch irgendwie anmachen. Oh nein, nein. Das ist nicht richtig. So, ich habe zwei weitere Kekse. Oh nein, nein. Das ist nicht richtig. Weißt du was? Ich gebe ihm den Keks. Ups. Ich gebe ihm den Keks, aber erst, wenn wir wieder bei dem Dinosaurier stehen. Ich lasse mich doch nicht verarschen von dem. Was denkt denn dieser Vogel, wer er ist?